Alles klar freunde und wir sind zurück die sache ist Wollen wir aufgehört ah legit natürlich natürlich Wir sind in die in die dungeon Zelda klar klar jetzt Jetzt hört sie wieder ein oh mein gott jetzt habe ich richtig bock drauf was die tieraktivitäten Die waren die trainieren jetzt bin ich drauf gespannt wie Was die ko- Die werden aufs höchste level gebombt Krass okay nicht schlecht nicht schlecht Da schicken wir auf jeden fall noch mal welche rein also total angenehm das ist wirklich angenehm Komm ja ja das war geil jetzt dass sie auf die höchste level kommen kann ich mir meine ganzen snacks und so sparen Warum nicht dann machen wir das auf jeden fall was hat das einmal geht das man kann doppelt geistern okay Ja geht anscheinend okay Jedenfalls das das ganze mal so machen hier Fertig wie bis dann ja auch ein Genau okay Ansonsten Ja ich bin so drauf gespannt was sie abgeht freund ist einfach so Zelda map ja master shop da wir haben hier Zwei geister die wir befreien es wird geil hoffentlich hier auf der map Machen wir einfach mal weiter let's go der verbannt hier tatsächlich schon mal es fängt direkt geil an skywards out feelings Die musik Warte mal ich hab da von allen drin ne oh my god Schätz mal hast Der verbannte king k. Rool Wego Was Oder Das geht Oh Ich dachte er hätte mich raus gehauen Shit Okay gut Der verbannte Das war echt geil Skywars hat als ich mit den verbannten kämpfen musste Das hat schon gedauert Um jetzt zu sein Hat schon gedauert Speichern Höre die Weisheit der Eulen Sie soll dich auf dein Weg leiten Ja Und was ist deine Weisheit? Genau das habe ich gebraucht Da ist ein Kämpfer Kann man da hin Von hier Vielleicht Ja Nein Oh Hier runter gehts da Gehen wir mal zu der Eule da unten Hallo Die Klingel Die Klingel das Dunkelband Zerteilt das Kleid der Nerf Hä? Tatsächlich? Was? Reherung Ganon Breath of the Guile Ne Mit meinem Computer mitkämpfern besiegen ist der Kampf vorbei Was? 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 Warum haben die das so geil gemacht? Oh ich muss Zelda beschützen Junge Raus mit dir Lass Zelda in Ruhe Natürlich bekommen wir einfach so Schaden ne Das ist eine Die Klingel Die Klingel Die Klingel Die Klingel Das hat nicht gestimmt Stopp Stopp Chill Calm down Calm down Okay Da hat was nicht gestimmt Da hat was nicht gestimmt Der hat gecheatet Ich bin ein Gegner Ey Ich bin ein Penner Alter Lass Zelda in Ruhe Was jetzt nur Nein Stopp So nicht Ich hab nicht Zwei Mal hintereinander hoch B gedrückt So nicht mein Freund Vego Vego du machst dir das grad nicht angenehm sag ich mal Vego Vego Vero Vego 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 Vero Ich hab verkackt Du Ich glaub wir müssen den Link auspacken oder Vego 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 verdammter ernst raus mit dir dort seine chance der hatte seine chance raus mit dem folge das weiß nicht sehr gefällt mir nicht so schade manche man ich habe mir viel mehr aus folge erwartet erhofft schade ich meine ich habe nicht so oft mit dem gespielt so ist nicht aber der ist irgendwie nicht passt nicht zu meinem kampf sie das meint schaut euch jetzt red lehren der ist es kursion zelda kommt zurück was macht die crazy man muss sie beschützen sie baut scheiße falsche richtung was siehst du ridley macht es einfach der hat fast 5000 verheerung garnon was wie ein geiler geist oh mein gott richtig cool richtig cool was wartet man da um mein gott den stärken wir mal sofort hoffentlich haben wir snacks details das macht er einfach gar nichts hat überhaupt slots ein slot der das ist eine auf was zu leben kommt 12 2330 kost ja aber ein slot so kein ok ok was sollt aber wartet man wollten eigentlich was sagen die eulen da und was sagt der da ich vielleicht nicht so suche weisheit suche mut die tugeln und der helden ja ich weiß das was da oben geht soweit oder was nein das hast du gehen mal so schön von rechts nach links gehen erst mal gucken erst mal uns die sache hier rechts hat wer bist du hast nicht verlaufen aber kommt mir eine schöne musik auf jeden fall was ist so geil ist so geil Ok, Ridley. Ridley it is, man. Ridley it is. Guck, ihn würde ich gerne mal üben, richtig oft. Und was sagen sie? Oh, nette Musik. Oh, den Weg zumut, weist sie ein Mädchen, welches ihrer Freunde hart. Okay. Kitty und Katja. Ich weiß nicht, was die da von mir wollen, im Endeffekt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir es quasi den Weg weisen, wo wir hinmüssen. Aber wir machen eh, wir werden eh alles durchmachen, sag ich mal. Wir nehmen alles netz. Oh. Keiner, es geht. Ach so, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts. Ich dacke, ich werde da oben. Das war gerade ein komischer Kampf. Na ja, was soll's. Geil ist, wir haben Ridley und Omega Ridley ausgerüstet. Heißt, wir sollten davon auch noch einen Boost bekommen. Weil es zur selben Serie gehört, sag ich mal. Ost, Süd, dann Süden erneut. Scheitern im Pfad, wenn kein Auge erblickt. Wie die? Ost, Süd. Und dann was erneut? Ost, Süd, dann Süden erneut. Hehehehe. Süd. Aber hier gibt es keinen Süden. Oder da unten wieder Süden, oder was? Was sieht so aus? Oh, das ist schon nicht Ost. Nee. Ja, wir machen es einfach mal. Meister Elf. Olé. Oh, schon wieder Nebel, Mann. Nervig. Nebel Alarm. Bereit? Bereit. Ja, ich sag mal, irgendwas stimmt da nicht. Unglaublich echt. Ausprobieren. Meister Elf, das sollte nur von Paper Mario auf der Weed sein. War nett, aber Paper Mario, die Legende vom E-Leonentor, ist eines der geilsten Spiele, ich gespielt habe. Und Paper Mario für den Sets war auch kein. Ah, tatsächlich, guck mal. Ah, nice. Oh mein Gott. Nord, West, Nord. Dann steht es nach Nord weiter, schreit in die Fazien, kein Augenblick. Nord. Und dann West, und dann wieder Nord. Einigkommen. Oh, die Musik. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Das ist von Gott auch nichts klar. Wenn er mal kämpfen würde. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall Geister. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Windgeister. Donkey Kong. Oh mein Gott, ich treffe ihn einfach nicht. Oh mein Gott, ich treffe ihn einfach nicht. Oh mein Gott. Nein. Merk. Gut, aber das haben wir auch geschafft jetzt, nice. Nord, West, Nord. War es richtig? Ich glaube schon. Jedenfalls Nord, also wir sind nach Nord gegangen. West und dann wieder Nord. Woodman! Kann man das schaffen auch so. Bereit, los! Axt mit Kraftpuck, ne? Komm, du mal. Hallo, was ist denn hier? Was? Was war das? Was? Und jetzt nach Nord wieder. Nord, West, Nord, ja. Oh! Oh! Was haben wir? Nebel wieder. Warum haben wir Nebel, Leute? Okay, es gibt's doch nicht. Stromschutz. Achso, Nebel an mir. Verbreit, Nebel an mir. Okay, nice. Melinda gesagt! Salia! Oh! Oh! um, dass es dazu angeht wird. Mit ihr habt ihr in der Recole auszutragen? Sieht doch nicht, genau! Nein! Puh! Ich fühle mich nicht! Puh! Ich fühle mich nicht! Oh! Okay. Was macht die? Mit der schönen Musik so. Nein, nein. Raumschiffe werden zerstört. Aber schöne Musik. Okay. Alles gut. Jetzt aber. Kommen Sie. Habe ich jeden aus der Link-Reihe? Äh, Zelda-Reihe? Weiß gar nicht. Oh. Ey! Ach so. Ja, okay. Ja, und jetzt? Ich brauche wieder einen Tipp, my friend. Oi! Oh nein, jetzt kommt ein Beat dazu. Oh! Horror Kids! Oh mein Gott! Jetzt kommen die Zelda-Tunes. Oh! Horror Kid ist einfach am Start. Ja. Ja, aber der ist ja ein Helfer-Trophäen. Er ist eigentlich der Hauptgegner. Warte mal, der Mii-Boxer, der hat Horror Kid-Kostüme. Willst du mir sagen, es ist Horror Kid-Skin für die Mii's? Nee. Doch. Oh mein Mann! Oh. Krass. Geil. Oh. 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 Wir haben Young Link nicht. Holen wir uns den einfach. Boah, gehen Sau. Ja. Alright, los! Boah, Ridley ist so brutal. Krass, Young Link. Young Link! Der ist cool. Young Link ist brutal. Das ist wirklich cooler Hits. Äh, Link. Wie kam ich auf Hits wegen Druckgang? Keiner weiß. Oh! Oh! Nett! Frage ist... Ich will den da! Achso, warte mal! Der da oben hatte doch für mich einen Ratschlag wahrscheinlich. Ne, das hab ich total vergessen. Vielleicht komm ich durch den Ratschlag an zu ihm. Naja, komm. Ich find die Map cool. Du möchtest sagen. Die ist wirklich cool. Das ist echt cool. SCHULK! Es brennt! Oh, shit, das hab ich nicht gesehen. Oh, ja, war schön. Ich fände wieder hier aus. Direkt dir. Du gehst. Komm mal ran jetzt! Ah, kaff. Geht nicht. Aua! Smash! Komm doch draußen, Captain! Loh! Das ist doch grad nicht der Neanz, oder? Loh! Das ist doch grad nicht der Neanz, oder? Loh! Loh! du. Rex, die Pflaume. Samyraldo. Ich habe jetzt vergessen, was er da oben gesagt hat. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du mir zu klein oder bin ich zu groß? Oh, der heizt ja auch die ganze Zeit. Oh. Nein, warum hat der die Ute und ich nicht? Alter, was für ein Finisher. Celebi? Halt alle fünf Sekunden eigenen Schaden. Was? Das ist mal ein Zapgeist. Aber drei Slots. Freunde, ich würde sagen, so viel zu diesen Parts. Das war echt geil auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich, was auf dieser Map noch geht. Dann würde ich sagen, lass uns den Schluss machen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Peace.